Wenn ich da einmal räume, dann gehe ich aufs Reifen zu machen. Ansonsten ist es immer schwierig. Ja, das ist doch so warm. Ja, ja. Die Kübel waren zu uns unterwegs. Ja. Das geht aber auch. 335? Ja, aber das wird auch immer drin. Ja. Ja, da geht aber auch. 135. Das ist aber eins kaputt. Kulost dabei, ne? Nein, das muss ich sagen. Die vorhanden 186 ist ja... Das ist ein Wahnsinn. Das ist einfach wieder da rum dann, oder? Ja, ganz gut. Der Anten hier sieht doch nicht so sehr gerne, oder? Doch, die auch. Die auch? Ja, das ist nicht. Da sind die Dachseverschwerke. Ja. Nee, doch. Da hat man bei Jahren hier wieder angefangen mit dem Hof wieder zu reaktivieren. Und dann hat sich das hier mit der Wehr, mit dem Verein ergeben. Und dann haben wir runter und fahren und gehen können. Aber auch Gnadenhof-mäßig, irgendwie. Ja, also. Das ist ein halber Stoßes, ne? Das geht, Mensch. Du kommst drauf. Ja, ja. Über den Gelenksort war nicht dran, sonst. Schwierig mit drauf. Da, gut. Ja, das kommt aus der Vorderwand. Da ist auch irgendwie... ...irgendwie, äh... ...Kammergrundflas dabei. Ja. Das ist ja auch nicht so. Da glaubst du eins ist die erste? Wir haben die normale. Die Mühe und die Wolle sind ein bisschen kippt mir nicht. Kannst ja auch mal so gut, wie du an das... Äh, das ist ja gut. Das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, das ist ja, das ist ja auch ein Wahnsinn, da weiß ich was. Was die alles da drin haben, im Fell. auf einmal ah, er kennt sie, die kleine Dicken Untertitelung des ZDF für funk, 2017